Hallo zusammen. So langsam wird es ernst. Der Innspruch auf Frau Leichnam und natürlich auf den Auftakt von Himmelsleuchten. Gestern war Pressekonferenz und zum ersten Mal ist der Flyer für die ersten drei Monate mit dabei gewesen. Tolle Aktionen, tolle Angebote von verschiedenen Gemeinden hier in ganz Düsseldorf. Es lohnt sich also daran teils nicht. Wir bleiben nicht in den Kirchen. Wir gehen raus. Wir gehen hin zu den Menschen, um ihnen Gottes Botschaft nahe zu bringen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen über all die Themen, die im Moment anstehen. Wer diesen Flyer haben möchte, kein Problem, kann ihn bestellen unter www.himmelsleuchten-düsseldorf.de. Da steht ganz viel drin. Herzliche Einladung natürlich auch für Frau Leichnam. Eine gemeinsame Frau Leichnams Prozession, ein gemeinsames Fest. Es beginnt von Leichnam um 10 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Dann werden wir eine heilige Messe feiern, eine Prozession haben und an der Reuter Kaserne wird es dann ein Fest zum Abschluss geben. Ein Fest für Jung und Alt, für Mann und Frau, für alle Menschen. Herzliche Einladung dazu. Ich hoffe nur, dass das Wetter gut wird, aber wir wissen ja, der liebe Gott ist bei uns und deshalb bin ich da fest von überzeugt, dass es ein tolles Fest wird. Deshalb herzliche Einladung und wie gesagt, Himmelsleuchten ist eine tolle Aktion. Nehmen Sie bis zum 2. Februar daran teil in Ihrer Gemeinde, in Ihren Stadtteilen in ganz Düsseldorf. In diesem Sinne alles Gute. Tschüss und schönes Fingstfest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017